Weiter geht's mit Dead Space 2. Oh yeah. Ich möchte das heute noch fertig kriegen, weil ich bin mir sicher, wir sind so nah am Ende. Das lohnt sich nicht, nochmal eine neue Session zu machen. Zieh mal das durch bis zum bitteren Ende. Ey, irgendwer hat einen Schrank geklaut. Also den Inhalt. Ah, das ist die... Mensch. Und noch in der Geklonenraum. Leben, äh, Geld, äh, Dorf. Das ist ein Halbleiter Rubin. Das sind 10.000. Mir geht der Platz aus. So, wir haben die Statenplatzwecke. Oh, da, 5 Kling. Das brauche ich, das brauche ich. Und da ist was. Ich hab's gehört. Oh, der. Nächster, ich teile mich auf. Kannst lieber schön verlösen. Das ist alles tot. Und noch ein Halbleiter Kreuz. Wo war nochmal die letzte, äh, äh, der letzte Shop? Wo ist der nächste? Richtung Aufgabe. So, viel ist es ja eh nicht mehr. Stase-Modul. Ich frag mich mal noch, was Schaden bei der Riggs machen soll. Yay, wir sind voll gestorben. Hast du das? Genau. Und ein Knoten haben wir immer noch. Hallo? Ja, stimmt, die sind voll. Da war ja was. Ja. 320 Schuss. Die Stadt kann ich das mir ja nicht umsonst. Ich nehm' dich auseinander. Der kommt nicht mal dazu, sich zu wehren. Wow, zwei Schüsse. OP Kater, Schini. Sangezu. Eigentlich ja. Ich hab' zwei OP immer auf der Kampfer, wo wir verwechseln. Ja. Geh' hier erst sterben. So. Hallo ist hier. Ist hier noch wer? Hä? Noch jemand auf die Fresse? Ich glaube nicht. Würde ich ihnen auch geraten haben. Komm mal her, du Batterie. Da haben wir eine Speicherstation. Du bist schon tot, aber irgendwo lebt hier einer. Du lebst. Du bist schon tot, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Zeit reif ist, wirst du erschießen. Ich hoffe, ich weiß es dann auch. Ja, wir sind garantiert nah dran. Irgendwie gefallen mir die Blazer-Wars hier nicht. Hier ist aber, dass es instant death ist. Das war ja ein Spaß. Spaß war das hier gerade. Hey, daneben gestarrt. Ein Glück habe ich ein bisschen öfter gestarrt. Ja. Alter. Genau, immer auf die, die ihr schon am Boden liegen. Einfach nochmal drauf. Wie ich es mir gedacht habe, Laserbrüren ist gleich insta death. Es war ja nicht mehr der Laser. Ja. So, diesmal bleibe ich hier hinten. Diesmal dürfen die erstmal alle kommen. Du bist weg, wenn ich dich nicht versehentlich Abschied wenn du nämlich Monikostabyte wirst. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe ja Porter. Die haben keinen Lust. O球 her. O球 her. Das war's ja ein Spaß. Nicht Triple Kill? Neeee UHH Und noch einen kopf Und noch ein Knochen. Aber ich kann nicht jedes Mal zweimal Stasen verbrauchen. Geht doch nicht. Muss eigentlich anders gehen. Mit einmal Stasen. Weil es kam mir nicht gerade langsam hervor. Ich kann auch nicht da oben irgendwie Stasen. Nee, weil die fahren jeder Einzelne. Ah, hey, guck mal ein Stasen ist wieder da. Das geht wirklich schnell. Wir haben ja reduzierte Stasen auf der Zeit. Wuh, bada, bada, bada. Das soll, glaube ich, so knapp sein. Wuh, da fucking du. Geh weg. Ich hab genug Muni. Ich hab genug Muni für euch alle. Ja, fast 300. So, gut. Zwei, dreiviertel, hundert. So, gut positionieren. Und rennen. Was das Zeug hält. Schon wieder noch den Klaus. Das ist ja gerade wirklich so. Das wäre über die Leiche gestolpert. Flammenwerfer. Wo ist's? Das ist ja aufgehoben. Flammenwerfer. Puh. Aber Stasen geht wirklich so richtig schön schnell. Mhm. Ach so, man merkt schon, dass die Zeit reduziert wurde. Joa. So, noch mehr Zeug. Brau ich nicht. Will ich. Wo ich's ja nicht brauche. Bis. System offline. Ah, weg mit den Lasers. Und die Erfolge starten. So, einmal Brücke bauen. Zweimal Brücke bauen. Praktisch. Ist ja erfolgreich. Sollte denn nicht hier irgendwo ein Shop sein oder so? Ähm. Auf jeden Fall ist da ein Negro. Gewesen. Ach, maximal pigmentierte. Die macht mir keinen Angst mehr. Wow, das ging schnell. OP kostet, Schini. Ja. Sag dir, das ist die beste Waffe gegen maximal pigmentierte. Ja, der Shop ist auch da vorne. Ja. Ich war's nicht. Da ist ne Speicherstation. Oh. Oh. Da ist ein Shop. Yay. Oder auch nicht mehr. Da war ein Shop. Zeigt der Shop, wie wir auf den Shop hier oder auf den anderen? Äh. Auf den anderen. Ach, achso. Okay. Das heißt, da sucht noch einer. Ach, Schilder. Wir müssen die, dass sie erst die nicht wegschieben kann. Ja. Dass sie einmal auch immer im Weg rumliegen müssen. Mir gefällt die Farbe hier nicht. Von der Beleuchtung. Perfekt durchgeschossen. Wir müssen die Farbe hier. Wir müssen die Farbe hier. Wir müssen die Farbe hier nicht messen. Wie viele denn noch? Epic Slow-Mo! Daneben! Was? Kein Platz für Milkpack! Hier, brauchen wir Edelk! Nicht mehr wirklich! Ja! Ich sehe nur ein kleines! Na ich meine die... Muni für Katze-Chini! Ja, weil da war ja noch kein Mini-Kids! Ah, ich meinte eher, dass wir Katze-Chini-Muni raushauen können für... Platz für Medic geht! Ja, das auch! Wow, ich bin solch! Und wir haben gerade mal zwei Waffen! Aha! Ich kann mir vor, wie viel Muni wir vor allem verschiedenste Art hätten, wenn wir mehr als nur die beiden Waffen hätten! Äh... Haben wir einen Schaden genommen? Ich glaube nicht! Nö! Der Einzug ist einfach klasse! Ja! Oh, äh... Und äh... Weiter geht's beim nächsten Mal! Bis dahin! See ya, Leute! Ciao! Ciao!